Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend. Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Vertraut. Sehr innig. Nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Natürlich hing Maike dann auch umso mehr an mir. Na ja, Kinder können solchen Lebens... Ich habe eine Frau, die ich habe. Ich habe eine Frau, die ich habe. Das war's.